Der Pauli wartet durch. Der Pauli sagt, mich schreckt kein Wasser. Und die Pia kommt auch durchs Wasser. Der Pauli, die Pia und das ist da. Der Peppa kommt jetzt auch daher. Sehr schön. Schau um. Die Peggy und die Pola. Wow. Mama holt sich die. Ja toll, ja schön kommt ihr rein ins Wasser. Es ist ja auch so warm, gell. Ja, na was ist denn? Komm, du warst doch gerade schon hier. Ja, jetzt müssen wir alle wieder rausholen. Der kommt nur mit. Gehen wir wieder raus. Pippa. Ich guck weiter.